Wie gelingt beherzte Führung ganz konkret? Wir haben schon gesehen, aus unserer Erfahrung kannst du drei Dinge tun, um deinem Team in dynamischen Zeiten schnell wieder Orientierung und Sicherheit zu geben. Erstens, sage nichts, was du nicht wirklich glaubst und benenne zentrale Herausforderung klar und ehrlich. Zweitens, wenn du die Lösung selbst nicht kennst, dann führe über einen gut moderierten Prozess und lerne in Iterationszyklen, die so lange sind, wie du zuverlässig planen kannst. Und drittens, übernimm du die Verantwortung, dass du selbst in der Herausforderung einen Sinn sehen oder ihr neu einen geben kannst. Das ist leichter gesagt als getan. Daher möchte ich diese Punkte nur noch etwas vertiefen. Nehmen wir zunächst den ersten Punkt. Sage nichts, was du nicht wirklich glaubst. Völlig unfundierte oder vorgegaukelte Behauptungen machen dich sehr schnell unglaubwürdig und ohne Glaubwürdigkeit ist deine Führung danach nicht mehr wirksam. Glaubwürdigkeit ist dein wichtigstes Kapital, gerade in Krisen. Das solltest du nicht verspielen. Das heißt aber nicht, dass du alles sagen musst. Jeden leisen Zweifel in die große Runde zu tragen, ist selten hilfreich und kann manchmal sogar mehr verunsichern als helfen. Aber zentrale Herausforderungen und Schwierigkeiten ehrlich und klar zu benennen, kann in deinem Team neue Energie freisetzen, um bei der Lösung zu helfen. Und nichts raubt mehr Energie als unausgesprochene, vage, ungreifbare Befürchtungen. Daher müssen die Probleme auf den Tisch. Zweitens, wenn du die Lösung nicht kennst, dann führe über einen gut moderierten Prozess. Vorschneller Aktionismus ist in Krisen genauso wenig hilfreich wie vorgegaukelter Optimismus. Aber ein klarer Prozess, in dem jede ihre Aufgaben und auch die nächsten Schritte gut kennt, kann viel Sicherheit erzeugen und positive Energie freisetzen. In unbekannten Situationen braucht es dafür Reflexionsräume, um sich wieder neu zu orientieren. Und es braucht klare Entscheidungen, was jetzt als nächstes zu tun ist. Es braucht keinen detaillierten Plan für die nächsten drei Monate, der sowieso wieder von der Dynamik oder neuen Erkenntnissen schnell wieder überholt sein wird. Das ist der Kern zukunftsfähiger Führung. Weniger Expertenlösung, weniger mittelfristige Planung, dafür mehr Moderation von guten Lern-, Lösungs- und schnellen Anpassungsprozessen. Und der Erhalt oder die Wiederherstellung von Klarheit im Hier und Jetzt. In anderen Worten könnte man sagen, die Stärkung der Changeability, der Kompetenz, dauerhaft Veränderungen erfolgreich zu gestalten. Aufgrund der schweren Planbarkeit funktionieren diese Prozesse am besten iterativ. Sprich, man plant nur für die nächste Zeit im Detail und passt danach die weiteren Schritte an erste Auswertungen und Feedbacks neu an. Diesen Zyklus nennt man Iteration. Die Länge des Iterationszyklus ist selten zwei Wochen, wie Scrum Glauben machen möchte. Die Dauer bis zur nächsten Abstimmung nach Justierung und neuen Entscheidungen und Aufgabenverteilung kann nicht von Scrum vorgegeben werden, sondern wird von der Dynamik und Unsicherheit oder andersherum von der Planbarkeit bestimmt. Im Corona-Lockdown zum Beispiel gab es am Anfang Zeiten, da haben wir wirklich tägliche Teammeetings gebraucht, um ganz schnell neu zu lernen, neue Informationen zu verteilen und die nächsten Schritte abzustimmen. In anderen Phasen, Projekten oder auch Branchen mag es vier- oder zwölffachen dauern, bis substanzielle neue Erkenntnisse möglich oder notwendig sind. Wähle also deinen Iterations-, Planungs- und Entscheidungszyklus nicht ideologisch, sondern passend zu eurer Aufgabe. Je neuer, unklarer, desto kürzer. Je bekannter, planbarer, desto länger. Zuletzt kommt der schwerste und gleichzeitig vielleicht wichtigste Punkt. Nämlich drittens. Übernimm die Verantwortung, dass du selbst in der Herausforderung einen Sinn sehen oder ihr eingeben kannst. Wenig ist fataler für ein Team als ein Kapitän oder eine Vertrauensperson, die selbst den Glauben verloren hat. Was ist also der Sinn für dich, für dein Team oder für eure Kunden oder diese Welt? Was könnt ihr gemeinsam lernen, was wenigstens verhindern? Niemand hat sich Corona gewünscht. Aber wenn wir eins aus dieser Zeit lernen können, ist es, wie wir als Gesellschaft, als Organisation und auch als Einzelpersonen mit solchen Krisen erfolgreich umgehen können. Und natürlich, wie auch nicht. Wenn dir also selbst die Orientierung in all dem Wust an Informationen, den vielen Veränderungen in deiner Organisation verloren gegangen ist, wenn du selbst den Sinn nicht sehen kannst, dann ist es essentiell, dass du dir die Zeit nehmen kannst, Orientierung und Sinn als erstes für dich selbst wiederherzustellen. Du kennst sicher die Warnung im Flieger. Wenn der Sauerstoff knapp wird, zieh dir zuerst die Sauerstoffmaske auf. Nur dann kannst du sie deinem Kind auch noch aufziehen. Hier ist es nicht anders. Ringe also mit deinem Vorgesetzten um Verständnis. Suche wichtige Informationen zusammen. Versuche Hintergründe zu verstehen. Was soll mit der Veränderung eigentlich erreicht werden? Wo liegen aber auch Chancen? Wo liegen Lernmöglichkeiten? Welche Gesamtstrategie führt euch als Team nach vorne? Und zur Erinnerung. Wenn die Lösung auf diese Frage nicht auf der Hand liegt, nimm dir Zeit für einen guten, iterativen Lernprozess. Zusammenfassend also gelingt gerade in herausfordernden, komplexen Dynamiken beherzte Führungen dann, wenn du erstens nur das sagst, an was du wirklich glaubst und dabei auch zentrale Herausforderungen, Schwierigkeiten ehrlich und klar benennst. Wenn du zweitens die Lösung nicht selbst kennst, wenn du dann über einen guten, moderierten, iterativen Prozess bis zur Lösung führst. Und drittens, wenn es dir gelingt, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du in der Herausforderung einen Sinn sehen kannst oder ihr einen geben kannst. Wenn du dich in diesen drei Themen weiterentwickeln möchtest, wenn du deine Kompetenz zur beherzten Führung gerade in schwierigen und dynamischen Zeiten neu stärken möchtest, dann haben wir etwas für dich. Annette Boland und ich bieten eine neue Ausbildung für Führungskräfte und Organisationsgestalterinnen im Coachingzentrum Freiburg hier unter dem Titel Zukunftsfähige Organisationen gestalten. Dort vertiefen wir die acht Erfolgsfaktoren und wie diese in deiner Organisation ganz konkret gestärkt werden können. Gleichzeitig gibt die Ausbildung dir die Möglichkeit und ganz viel Unterstützung, deine Führungspersönlichkeit ganz konkret weiterzuentwickeln. Denn Krisen sind Kipppunkte und in solchen Kipppunkten kann deine beherzte Führung den entscheidenden Unterschied machen. Für dich, dein Team und deine Organisation. Wenn du Lust hast, dann freuen wir uns auf deine Anfrage.